Herzlich Willkommen, euch Freunde, zurück zu der langersehnten Verfolgungsrunde. Diesmal verfolgen wir Marco, äh, okay, Föbe. Genau. Ja, wir warten hier und gucken, was er macht. Wir gucken, was er macht. Noch steht er hier herum. Noch steht er herum. Noch steht er immer hier herum. Okay. Was ist, ob er jetzt hier rumsteht? Finde ich irgendwie lustig. Aber ich will nicht gekickt werden. Hallo. Hallo. Warte, ich verstecke mich in den. So, perfekt. So sieht mich niemand. Hört sich irgendwie lustig. Lass mich gerade auf, Papa. Ja, komm, drücken wir mal. Also, ich möchte mal fragen, wieso Marco oder Afka hier rumsteht. Beim Tisch? Ja, mein Afka ist vermutlich hin. Ja, Marco. Was soll das denn? Ruhm. Okay, ich hab ein kleines, kleines Boot hier. Ja, okay, wenn er sich noch nicht mal verteidigen will oder irgendwas anderes. Ich bin nur Afka am Tisch. Ja, es ist für über 100 Prozent. Ja, echt so. Ich bin nur Afka am Tisch. Ich skippe. Ich bin nur Afka am Tisch. Das ist doch so. Okay, Marco ist also doch da. Ey, ohne Scheiß für Afka, sein Gertner eigentlich gewotet. Ja. Ja. Er steht da immer. Ne, geh weg. Ich möchte gucken. Der steht da ja immer noch da. Ist er hier. Ein Skandal, ey. Ein Skandal. Jetzt gehen wir nochmal gucken, ob er da jetzt immer noch steht. Eigentlich wollte ich die Verfolgungsrunde machen. Oh Gott, er ist weg. Wo ist er hin? Da, da ist Föbe. Oh nein. Wir müssen zurück, Föbe. Wir müssen zurück. Wie ist... Oh Gott, ich laufe gegen eine Wand. Föbe, komm, bitte miet. Bitte. Da ist Fähnrich. So. Danke, Föbe. Ich verfolge dich weiter, okay? Ja. Geh hier hin. Und gucke, wann er rauskommt. Aha. Er rennt nach oben. Er rennt nach oben. Da ist Föbe. Okay, okay, okay. Ich bin noch da. Ich bin noch da, kleiner Föbe. Ich bin noch da, kleiner Föbeschen. Ja. Ja. Aha. Er geht da runter. Okay. Ich muss doch hier mal eine Spiel- und Nier-Folge wieder machen. Leute. Ist er nach rechts gegangen? Nee, ist er nicht. So, da gucken wir mal heimlich. Was ist er hier drin? Da drin ist er. Hat er im Poster schon was gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, Le. Da ist zugegangen. Oh mein Gott. Oh, Le. Fähnrich ist dort. Äh. Ich war ein Admin. Muss hat Zeit neben mir. Ich sehe zwei, sechs Jungen hier drin liegen. Gehe mein Task-Electrical machen. Gehe Admin checken. Äh, Security checken. Und dadurch ist Fähnrich tot. So warst du bitte? In Admin? Ja. Nee, im Electrical Room waren wir. Nee, nee, bei dem Bildschirm, Leon. Beim Security-Raum. Hä, was ist, hä? Meinst du nicht gerade, er war in Security? Ja, da ist er ja auch. Aber davor. Also, ich war im Admin. Also, Marco war es auf jeden Fall nicht, ja? Punkt. So, Lexi, Leon, was sind eure Ausreden? Wo war der Tanker? Wo war der Tanker? In Admin. Nein, warst du nicht. Wo war, Lexi? Ich war im Admin. Mann, du warst im Admin. Ich war in zweiter bei Boris. Du warst immer noch in Security, sag mal. Habst du es noch? Hä? Marco, was ist das? Hast du Security? Ja, das ist Security. Äh, da wo man die Karte reinschiebt, das ist Admin. Ja, da war ich jetzt in der Admin-Tour. Ja, aber da waren wir doch schon längst weg. Hab ich auch gesehen. Und bei Marco wurde die Tür einmal zugemacht. In der Ticke, ja. Aber er ist noch rausgekommen. Das heißt, jemand war wahrscheinlich da im Schachtding drin und hat dich gesehen und wollte dich dann gerade töten. Also ich war im Mad Bay drin. Oh. Also ich hätte schon mal eine Vermutung jetzt. Weil Lexi könnte dich dann da gesehen haben, Marco, und wollte dich dann da einsperren. Ja, oder Liam? Ja, aber Lexi sagt ja, sie wäre jetzt im Mad-Ding-Raum. Ja, sie könnte ja auch von Security nach Mad Bay wenden. Ja. 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 Aber vielleicht gibt es jetzt Leon einfach ein Alibi, ich weiß es nicht. Ja, ja, falsch fliegen, dann ist das leider für uns, ne? Ja. Ja. Okay. Also ich denke, Lexi war das bei, die könnte es vielleicht da gesehen haben. Was machst du denn hier? So, ich geh mal eben hier Müll machen. Papp. Und jetzt? Da hier? Da hin? Okay, okay. Oh Gott. Da oben ist sie. Was denn? Hier ist nichts. Also ich lass euch... Ich lass dich alleine. So. Hat sie ihn? Ne. Okay. Sie lebt noch. Okay. Dings lebt noch. Es wird was gemacht. Ich weiß nicht, ob es Lexi war oder nicht. Aber ich glaube, es fehlen nur noch meine Tasks. Tatsächlich. Oh, oh. Licht. Licht, 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 Licht. Oh Gott. Leon war da. Ne. Lexi, geh weg. Zack, zack, zack. Hier. Hallo. Mein Gott, ey. Ich muss den mal eben hier machen. So, bisschen Download. Oh Gott, ey. Also, ich weiß nicht, ne? Lexi oder Dings. Ich bin mir da nicht sicher. So. Komm, komm, komm. Schnell. Oh Gott. Ich bin gegen die Wand. Achso, musst du nach links? Okay, sollen wir? Dann gehen wir nach links. Dann gehen wir nach links. Oh, le? Der ist hier mal. Nice, 3, Lexi. Ah, fuck, Mann. Der stand doch so schön, ne? Er stand doch so schön. Ich wollte ja auch nach rechts gehen, ja? Wir hätten die gleichen nicht gefunden. Ja, also, ich hab so, ne, ja, okay. Also, letztlich ist es Moos, ne? Ist es bei dir? Ja. Ja. Ach, schade. Ja, witzig. Ich bin Marco und Moritz geworden. Ich hätte so, so, keiner, so. Du, du, du hättest bei der Taschenlampe schon jemanden töten müssen. Ja, ich hab' ich versucht, aber das war. Ihr habt halt gesehen, wie ich euch dann nochmal über den Weg gelaufen bin und wäre dann Moritz oder Marco gestorben, dann, ja, ne. Der hättest irgendwie Moos dann mich killen müssen, ohne, dass ich mich anders wäre. Ja, ich weiß, ohne, dass ihr mich erst seht. Das war's dann, aber als ihr mich dann beide gesehen hat, dann war, ja. Rest in peace. Tobi! Ach, ne, Tobi, ist da. Tobi, du bist ja noch gemuted. Gemuted. Schäme, richtig. Da sind nicht gemuted. Yes. Scheiße. Und Tobi, wie war der Bandkill? Warte, guck mal, wer ist die Band? Ich hab' ne Band gekillt? Ich hab' ne Band. Ich hab' ne Band gekillt, ich hab' ne Band gekillt. Ich hab' ne Band gekillt, ich hab' ne Band gekillt. Ich, ich wende von Electric and Security rein, kill'n und wende'n mit Band. Ich hab' ne Band gekillt. Ich hab' ne Band gekillt, ich hab' ne Band gekillt. Ich hab' ne Band gekillt. Ich hab' ne Band gekillt. Ja, für Report und Q für kill. Ja. Muss man sich immer... Q für kill? Oder das muss man sich immer... Space für use oder sabotage. Er ist nicht, weil der Killer steht fünf Minuten auf dem Typ rum, der kille, weil die Taste nicht erfindet, die man hat gesagt. Oh, es ist die falsche Taste. Es ist echt cool, es ist echt cool. Q, W, E, äh, Q, R. Q, W, E. Ach man, immer bin ich der Erste. Und jetzt muss ich die Kack hier wieder machen, ey. Ich hasse die Simon Says. Oder wie das heißt. Ach, da krieg' ich Aggressionen, Leute. Ich krieg' einfach Aggressionen. So, guck' mal hier. Perfekt hinbekommen. Obwohl ich tot bin. Ich hoffe, jemand sieht meine Leiche. Das wäre sehr, sehr nett. Verändere ich bitte, bitte sie meine Leiche. Ich war's nicht. Ich hab schon wieder nicht drauf geachtet. Ich glaube, es war Leon, oder? Ich bin mir da nicht sicher, mal wieder. Ich bin nicht sicher. Aber sie sehen, sie finden meine Leiche einfach nicht. Okay. Ah, doch. Aha. Wo liegt denn? Wo, wie, was, warum? Im Reaktor. Ja. Im Reaktor? Entweder was, ein Self-Report, oder das ist Lexik hier wieder. Ja. Da stimmt was nicht. Hä, Liam? Du bist mir gerade von unten entgegengekommen und bist nach rechts gelaufen. Wie soll ich denn im Report, im Reaktor, Reporten? Wie soll ich denn im Report, im Reaktor, Reporten? Wie soll ich denn im Reporten, im Reaktor, Reporten? Wie soll ich denn im Reporten, im Reaktor, Reporten? Hä? Ja, mir auch. Also, wer stellt Report oder Lexi, Tobi? Ja, aber die Frage ist, wieso soll ich Leon, ja, die könnten da zu dritt gewesen sein? Wer war zu dritt? Was? Zu dritt? Wo? Hm. Lexi, wo bist du denn Leon über den Weg gelaufen? Äh. Irgendwo Cafeteria-Richtung, das ist auch schon ewig her. Äh, Lexi, warst du beim Reaktor? Ne, ich war die ganze Zeit rechts. Ja, dann kann es eigentlich nur Leon sein. Ja, ich war auch die ganze Zeit rechts. Ich kann es auch nicht gewesen sein. Äh. Ja, ist halt zu. Aber Wahl ist hier rechts, ist die Frage. Mal gucken, ob Leon raus fliegt. Er hätte mich nicht... Ich hab ja meine, mein Master, mein Master, mein Plan. Mh. Ey, ihr seid trolls, ihr seid so trolls. Ihr seid trolls, warum wir uns eigentlich nicht? Ja, ich verstehe auch nicht, wie Marco und Tobi selbst sind. Warum sind du beide eigentlich safe? Ich verstehe auch nicht. Weil, die beiden dieselben Kommentars gemacht haben. Ja, und? Mein Gott, ich stell mich auch daneben. Wenn man zu dritt, schwer zu zweit aneinander kleben wieder. Ja, man hat ja bei den Tars waren. Weil jetzt kommen wir Tars sind. Ein Vogel, ey. Ja, ein Zoofächer in der Reihenfolge wieder. Ne. Pfff. Nexie, unsere kleine Beschwer-Release. So. Ich bin jetzt aber, glaube ich, ich bin fertig. Oh, ne. Ich muss noch was machen. Da. Oh, nein. Ist das... Ne, gut. Ist nur Upload. Upload geht schnell. Das geht gut. Guck mal. Ich bin der Erste, der alles fertig hat. Ich wette mit euch. Ich wette mit euch. So. Dann kommt Phöbe. Die sind wieder zusammen. Okay. Lebt Lexi dann noch. Da ist Leon. Er tötet jetzt nicht Lexi. Er geht weg. Mhm. Und zack. Ist... Lexi tot. Ja. Super gemacht, Lexi. Hast dem Falschen vertraut. Du hast dem Falschen einfach vertraut. Aber Leon hat ihn gut dahin gesetzt. Okay. Wissen wir das jetzt. Okay. Du hast ihn gemutet. Ich denke nach. Ja, okay. Hast du gerade von oben oder von unten in Admin rein? Ich? Ah. Du bist doch zu Electric gelaufen, nicht? Ich. Ich. Ja. Weil Lichtausfahr. Und weißt du, wo Lexi liegt? Nö. Storage, linke Seite. Also genau auf dem Weg von Admin zur Linkausfahr. Elektrik. Leon, wohin bist du gelaufen, als die Elektrik zu Ende war? Also, ich weiß... Warte, wo war ich eigentlich? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall bin ich zu, 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 zu Elektrik gegangen. Hast du das Licht gefixt? Hast du das Licht gefixt? Ich glaube, das war direkt wieder an. Ich glaube, das war Lexi. Ja, Lexi war schon da. Ich war da. Bist du nach links oder nach rechts weggelaufen? Ich bin dann wieder raus. Bin nach rechts weggelaufen. Und über den Weg lief mir dann Fürbe. Ja. Also, es ist einmal gelogen, weil... Hier, ich habe mir überlegt, als... Vom Elektrik-Eingang. Ich bin nach links gelaufen, um meine Fuel aufzufüllen. Oder das Dreckte aufzufüllen. Und den Ausgib zu... Wo bist du dann hingegangen, Leon? Du bist dann nach rechts gelaufen. Ja, ich bin dann nach rechts. Was hast du nach rechts? In Forage. Und da ist mir dann Fürbe über den Weg gelaufen. Hat da Lexi gelaufen. Nein, was hast du danach gemacht? Wo bist du dann hingelaufen? Lexi gelaufen, ja. Danach bin ich in Medbay und habe meine Reagenzgläser gemacht. So schnell nicht, Liam. Du hast da eisige Geld. Oh. Es war doch ewig, Zeigler. Tobi, ich habe mich insgesamt einfach gesaved. Ich war mit dir 5 Reine abblieben, Alter. Ich bin tatsächlich verwirrt. Oh nein. Ja, wie du Moritz am Anfang weggemacht haben solltest. Ich? Das ist das Problem. Das ist Marco. Ich habe für Marco gewartet. Habe ich eigentlich? Ah, gut. Mies. War du eigentlich? Yes. Ich habe so vertraut, dass du mir feinste Namen hast. Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir nach, dass du mir mein Name hast. Ich dachte auch gerade so, oh nein, ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Ich bin schon ganz zu laut. Ey, ohne Scheiß. Nice. Aber schon traurig, dass wir das ihm zutrauen, ne? Irgendwie. Ich habe gedacht, so kann ich das machen.